und damit hallöchen und willkommen zurück zum anschuss simulator mit der zahnfee genau und dem matti hallo der sie auch mal zu uns gesellt hat gucken ob ich jetzt auch effektiv getroffen weil irgendwie hat meiner mittlerweile das problem die der hält die luft an so 12 abend 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 so wenig braun jetzt wurde sagt rauchen nicht 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 tödlicher treffer was ja gerade eben nicht tödlicher treffer aber das schießt trotzdem gestorben ja natürlich doch das trotzdem nur die frage ich habe nicht unbedingt vielleicht auch einfach nur schock mittlere blutung ja aber einfach diese aussage nicht tödlicher treffer ich habe gerade irgendwo irgendwo bei mir näher also es kann noch dauern dass ich da bin war kein ding können können sind nur noch so 1,4 kilometer schwarz gerade eben schwarz bär schwarz bär also bären und so groß wird muss ich sagen mache ich gerne nur bogen ja die sind meistens one hit was ja ok was alles mit dem bogen das one hit ok wenn du halbwegs triffst ja gut obwohl zum bär 100 200 meter nach einem beinschuss gibt ja auch ok also der bogen der ist ist verschwärme zu treffen aber wenn du tristan dann hast du gewonnen ok 90 kollege charakter streng ich mann ach du bist ein mann ich hätte ich eben mal ein bisschen weiter links geschielt dann hätte ich den bogen auspacken können hätte ich noch ein tier gelegt aber rate mal wenn ich dann links geguckt hat muskelhöfte darm kann man ja mal machen jungen du bist so weit weg mein fang das kann ich noch nicht mal irgendwie erkennen alles verschwungen du hast bei mir nur 70er und 96 du bei mir schon der sieben was heißen latenz verbindung ihr habt bei mir bei den 150er ja dann hast du die hohe latenz ja ich weiß woher es kommt die netten anbieter ja ja gebe zu du hast noch 120 seiten auf dem winter und musste und das gott ja gut obwohl die meisten sicher bei disco schuldig bescheren das ist zu performance lastig werden muss ich jetzt eher nicht sagen kann ich auch nicht unbedingt sagen ich hab'n bär was du hast'n bär ich will auch noch mal einen bären erwischen wo ist denn ich habe auf den geschossen ist weg ja moin die spawnt das ist mir auch schon ein paar mal passiert matti hör auf zu lachen im ernst ja ja moin ich habe auf jeden fall geschossen das ist mir zum glück noch nie passiert noch nie noch ne der hat ihn abgekotet und dann war er weg hat er noch ein häufchen hinterlassen und nun mal eine duftmarke setzen ich will auch endlich die spielpoint haben jetzt haben wir tauschen mit mir ich merke schon eher nicht weiß viel hirsch waren ruf ja ich habe gerade eben ein voller linsel aber leider kommt zu papa hatte der sei nicht ja man hat es auch alles der ist nämlich über alle berge die spuren von dem bären sind noch da aber dann klar nur der bär selbst nicht oder wie kann er nicht doch er hat sich aufgestellt ich hab mir einen bogen drauf geschlossen und war er weg ähm was hast du gesagt schwarzbär ja ja bei dir würde er wirklich ausmachen meiner zwei kilometer na einfach mal hin teleportet läuft na komm komm zu mir komm zu mir bärchen ja der bär hat magische kräfte ne der greift mir nie so ach der kann mich nicht mehr angreifen ok der ist während des angriffs ist der von uns gegangen und jetzt nicht ja irgendwo im sumpf gras nice so da freut man sich doch ich frage mich wie ne 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 mann und lungen schuss dann noch wer dann noch gerannt ist aus der lunge geschaut blutungsgrad hoch ich bin ich bin drüber gelaufen oder vorbeigelaufen was er da haugen ne 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 bahre Lass es sich bormeln. Ja, Hochsitz, mhm, ein Hochsitz, Sitzecke. Hast du mich gerufen? Praktisch. Ist aber nicht schlimm, ich kann die Folge ja pausieren. Schau doch mal die Pause rein. Aufnahme läuft auch weiter. Halt mir noch deinen Bogen ins Gesicht. Mach ich doch, kein Problem. Wann hatt ich schon irgendwas gesehen? Ja, sowas hat lege ich, du hättest ein Arm irgendwie gerade, sowas von. Und krass. Also dein Arm sieht gerade, oh, jetzt. Okay, get out. Wann sagst du, Zahnfehl? Äh, in der Zeit wurde weg, was auch jetzt hier Bären gekillt und der Fünfte kommt. Okay. Bis unten in der Bären Area. Ich habe eben auch angekillt, den ersten. Weißt? Ja, in den Bären habe ich tatsächlich schon relativ viele. Ja, ja, so wie mit der Wiesentherde, ne? Das wüsste ich schon. Da musst du mal weg tun. Wir haben eine komplette Wiesentherde ausgerottet mit dem Boden, mit dem Bogen. Ja, ist klar. Ja, Moin, erst mal. Betonung liegt auf ausgerottet. Okay. Wie viele waren es? Und waren es elf, zwölf Tiere. Ja, ist klar. Und das ist ein Schwarzbärlösung, sehr old. Aber die haben wir dann einfach mal so weggesnackt. Ja, also das kann man durchaus mal machen. Hast du das irgendwie? Irgendwie in der Folge oder so? Äh, ja. Oh, das ist perfekt. Die coolen wir definitiv an. Ich weiß noch nicht welche. Okay. Äh, dann klick ich einfach durch. Ich hätte ja vielleicht mal, warum wir nennen sollen. Den Wiesentherde. Den Wiesentherde. Die nicht, die nicht erfolgreiche Wiesentjagd. Da muss aber Kappa hinter schreiben. Aber da liegt der andere Bär. Ah. Äh, mit dem Wind jagen ist irgendwie dämlich, ne? So. Muskel, angeblich schon getroffen. Oh, oh, warte, ich sehe eins. Es war ein Kojote. Ja. Holen wir. Hier haben wir hier durch. Hier durchkommen und siehst du da hinten. In 256 Metern Entfernung. Soweit kann ich hier gerade gar nicht mal sehen. Oh, er läuft, er läuft. Ja. Ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts. Ich könnte ihn nicht mal anvisieren. Ich sehe da nichts. Ich sehe auch gar nichts von hier oben aus. Aber wenn du kannst, dann schießt, Matti. Ja. Ey, immer wenn ich ihn anvisieren will, läuft da, Junge. Was ist mit dir kaputt? Hast du irgendeinen Drang, oder hast du ADHS, Kollege? Mein Gott, ey. Ach da. Ey, gerade perfekt eingeziebt, was tut er? Erläuft. Ist auch mir fallen oder so weggelaufen? Ne, ist auch mir fallen. Ja, hast du ihn erwischt? Jo, nice. Die ist auch nicht so. Die ist auch wohl nicht weggerannt, wenn du eingezielt hast. Ne, ich hatte gesehen, er bewegt sich ein paar Meter und ist da stehen geblieben. Und ja, in dem Moment, als er stehen geblieben ist, war es vorbei mit ihm. Achso. Ich sehe ein Schwarzbären. Weibchen. 525 Meter Entfernung. Kann ich das mit dem Gewehr treffen? Ist jetzt die große Scherzfrage. Ach da. Dann tut man sowas, ja. Treffer. Nice. Läuft nach rechts weg. Vielleicht sehe ich dich nochmal irgendwo. Da ist der Bär. Schwarzschel hier durchs Wasser. Da läuft er auf mich zu, die Sauer, ne? Und noch einer. Kriege ich, die werden jetzt die ganze Zeit im Dauerpark hier. Sieht bald dann aus. Äh, Mati würdest du mir eben helfen, hier das eine Tier zu suchen, den ich... Ich komm schon, ich bin schon direkt 10 Meter hinterher. Ich weiß ungefähr, wo es gelangt ist. Sagst du, er ist direkt umgefallen, oder? Ja, ziemlich direkt, um ziemlich direkt die, die Glocken zu ihm macht. Ja, das musst du ja eigentlich hier... Ja, hier. Da. Hier liegt er. Jo, da, ach da. Ich wäre jetzt gerade vorbeigerannt. Und haben wir den geschlossen... Geschossen. Oh! Herz-Lungen-Flügel-Muskel-Lungen-Flügel-Rechts-Herz-Lungen-Flügel-Links. Jo. Läuft. Also einmal Quirle statt Vieh durch. Soll ich dir helfen, deinen Bären zu finden? Das wäre nett. Scheiße. Ich kann. Aber du sagst, ich hab getroffen, oder? Ja. Oh. Ja, weil er hier... Ich hab den Pingen gehabt. Er macht ja hier nichts, also ist nix rot markiert oder so. Ey, was soll das denn? Was von Weiswedel? Weiswedel, hör Sprunzschrei. Da hab ich aber gerade kein Interesse dran. Da vorne irgendwo eine 5. habe ich sterben. Ja, ich seh den Anschuss. Das ist nur die Frage, wie gut war der Anschluss, ne? Fleischwunde. Bleib mal kurz stehen, bitte. Na, wo ist es denn jetzt? Ich hab's schon gerade gehen sehen. Oh, hinter uns, äh, schwarzbär-Warnruf. Macht mir leider nix. Jo. Ich hab's hier jetzt umgefallen, oder nicht? Das ist, wenn du rufst, kommt der Bär nicht. Also, wo bist du? Also, du hast deine Bärenpferde. Ja, was man so fährt, nennt. Ja, ich geh mir eben in Weiswedel, hörsch, holen, dann stoße ich wieder zu dir. Weil der ist umgekippt. Komisch. Hat der Peng gemacht, ist unbefallend. Was bestimmt erschreckt? Ah, so, ah? Weil der auf einmal neben mir aufgetaucht ist, dass du mich fast getroffen hast. Mies. Jetzt kommt wieder mein alltägliches Rätselraten. Wo liegst du? Das hast du geschossen? Weiswedel, glaube ich. Ich weiß es nicht, dass hier über 300 Meter, glaube ich, 300 plus. Da habe ich ein Geschaffen. Jo, Weiswedel. Ja, er hat 75 bis 100 Prozent. Ja, den kriegen wir schon. Der hat vielleicht oft seine Richtung geändert. Alter, Schwede, ey. Junge, Junge, Junge. Was hat er in seinem Leben? Ich komme jetzt von links auf dich zu. Ja. Gerade wenn ich muss ein Rat losfülle, ich finde die Pferde nicht mehr. Hm? Du musst auch. Dann dackel mal zur letzten Pferde, die du hattest, damit ich mir die auch loggen kann. Ja. Und da hieß. 50, 75. Hm, das wird sich schon mal besser. 50, 75 und weiter noch da. Ja, du brauchst eigentlich nur dran kleben bleiben. 25, 50, sehr gering. Du durfte es aber getan haben, damit der umfällt. Yay. Oder der steht gleich neben mir. Eins von beiden. Ne, der fällt, der ist irgendwo umgefallen. 0,25. Er ist aber noch mal ein Tier, komm. Gut, schon weit. Richtig weit. Von links, Weißwedelhirsch. Und schrei. Ja, ich muss uns erst mal deinen Bären einsacken. Wie weit ist er denn noch? Ich wette, der ist noch mit über die Grenze. Hm. Ich geh mal davon aus. High Lake. Ja, der ist lange über die Grenze. Junge, 0 bis 25 Prozent. Erst blutest du so schnell aus und jetzt? Jetzt lässt er sich Zeit. Ja. Vorher macht er immer noch ein bisschen Kackkackchen. Ja, geschießen hat er sich. Der hat sich auch geschießen. Ja. 0,25. Und jetzt wird's ungemütlich. Weil hier sieht man ihn nicht kommen. Der will mich doch verkackern, oder? Wie weit ist er denn noch gekommen? Frag mich nur noch auf. Immer noch 0 für uns. Wo? Keine Ahnung. Ich hab den Keur, aber gehört. Da hab ich auch, aber mir wird jetzt nicht angezeigt, von wo. Nö, mir auch nicht. Ey, Kollege. Junge. Noch ne Blutspur. Ey, wo liegt er denn? Traben. Traben. Das heißt, wir sind denn gerade am scheuchen. Wahrscheinlich am scheuchen. Ja. Hoffentlich blutet er ganz schnell aus. Ja. Hast du da für einen Schuss gesetzt? Ganz gut. Einen guten eigentlich. Oh. Gerade eben hat er da hingekackert. Scheuchen wir ihn aber sowas von. Ey, Junge. Jetzt ist er auch noch hier wieder durchs Wasser. Ja. Der steht direkt vor dir. Ja, er kommt in deine Richtung. Deine Richtung. Ja, ja. Wie ist es? Siehst du denn da drauf? Ja, da ist er. Ist umgefallen. Tschüss, Junge. Ja. Also. Ich hab nur gesehen, wie der sich auch immer vor dir aufgestellt hat. Der erste Muskel, der hat's, den hat's 100% irgendein Muskel. Okay. Der zweite ging jetzt eben ins Schulterblatt links. Muskel. Hat gar nichts zugeursacht. Danach hab ich noch den Kiefer weggeklatscht. Und die Lungenflügel links. Alter, ey. 85 Kilo, das Ding. Junge, 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 Junge. Geht überhaupt nicht. Alter Schwede, erst mal nachladen. Ja. Ich würd gerne mal finden. Irgendwo zum Umschießen. Womit hast du jetzt drauf geschossen? Mit der Pistol oder was? Äh, eben ja. Eben noch mit der Pistol. Es war dreimal hinterher. Ah, hab ich gehört. Ah, gut. Auf 600 Meter. Wo? Ich war mir gerade zusammen an Mathematiken. Okay. Gesehen habe ich nicht. Weil ich sag mal so, auf 600 Meter schießen, effektiv schießen. Eher nicht so. Kann man machen. Sollte man nicht. Muss man nicht. Es gibt eine Menge Lauferei. Ja. Aber soll ich schon mal verraten? Hä? Ich finde hier, dass ich nichts finde. Ja. Hallo. Ich bin so weit schießen. Das war ein Bild. Sieht's bei dir da unten aus? Er ist schon drei bei Abgeordneten, weil ihr so laut seid. Wart? Ja, weil ich täglich laufen gehört habe. Da hinten. Ja, schwarz. Oh, direkt. Schöner Schuss. So schießt man effektiv. Ich muss euch weiter machen. Ich muss euch weiter machen. Also. Ja. Mach das. Bin ich mal gespannt, wie ich den zerlegt habe. hat langsam hat die ein weiner ist vielleicht noch ein zweiter das wird gewinnen ich dachte vielleicht war es aber das weglaufen können ja ich hab was gesehen da man hat 9 Meter Entfernung das ist schwarz perruend aber was der kackwinter wird so laut sein wie noch du ich kenne hey Kollege ja und die regt in auf den Anschluss gemerkt weil ich hab jetzt den verloren ich also den jahre muskel und flügel links dass sie hier schon wir haben ja ich sehe ihn es ist ja auch dringend ja ist direkt was ist oh hängen sie sich in den ran glaube ich leider wird sie nicht also mach ich weiß nicht was du für probleme hast mit dem bären äh äh weiß ich auch nicht und der hat ja echt nur gesessen ja das war ja das dumme aber ich hab's einfach nicht hinkriegt da richtig drauf zu visieren ja auch nö nebel come on please ich denke mir noch ach da vorne die stelle auch der hat aber gut gesessen eigentlich schön frei was haben wir denn muskelschädel halswirbel oben ok das ist krass ich kann ich hätte die trophäe auch bestehen können krank ich dachte immer nur der der auch geschossen hat ihn getötet hat kann auch einsammeln nein nein aber es kriegt nur derjenige der die meisten den tödlichen treffer hat auch wenn wir jetzt beide auf das tier schießen wollen kriegt derjenige mehr anteile der die effektiveren schüsse hat ach so ok das heißt du nicht auf das tier geschossen hast hättest die rand gebracht ja ich bin mal kurz afga na jo aber manche jetzt hast du gesehen wie man auf bären schießt mach ne an ich habe jetzt gar nicht so die entfernung und drauf geguckt auf wie viel meter 300 was 30 meter von mir das heißt ungefähr so 290 203 280 mehr dafür dass meine waffe auf 150 meter geeicht das wurde genullt ja gut war ein sauberer treffer den schädel ja schädel war dann sauberer treffer ja also beschweren kann sich daher gar nicht nö nur man findet irgendwie ein bisschen wenig wie ich ja gerade ja schlafen ein bisschen weiter Richtung westen ja so kommen wir und 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 rechts du bist du da bist du bleib stehen bleib stehen bleib stehen da stehen doch kannst du treffen ne zu weit sie nicht mehr schien hier ist die die nichts aber dann taucht er gleich da auch wieder aus ja im normalfall schon und da höre ich doch was coyote waren ruch schon wieder wo bist du du bist du du ich ich sehe ihn einfach gerade mal überhaupt nicht ja ich aber auch nicht ich auch nicht aber meine Freunde diese Folge ist auch schon wieder zu Ende ich sag tschüss 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 tschüss